Nachts gestrandet am Bahnhof? Dieses Video beschäftigt sich mit deinen Rechten, völlig egal, ob du mit dem Fernverkehrsticket, Nahverkehrsticket oder sogar mit dem Deutschlandticket unterwegs bist. Dein Zug sollte planmäßig in der Nacht zwischen 0 und 5 Uhr den Zielbahnhof erreichen, aber durch Zugausfall oder Verspätung von über 60 Minuten kann das Bahnunternehmen diese Leistung nicht erbringen, dann hast du folgende Rechte. Egal welche Probleme du hast, versuch immer zuerst Bahnpersonal zu finden. Das ist sogar deine Pflicht, wenn du eine Ersatzleistung haben möchtest. Such also auf alle Fälle erstmal den Zugbegleiter deines Zuges und erklär ihm, dass dein Zug ausfällt, du den Anschluss verpasst, die Verspätung vorliegt, wie auch immer. Dieser ist nämlich berechtigt, dir direkt vor Ort zu helfen und zwar mit einem sogenannten Taxischein. Solltest du kein Personal im Zug finden, versuch dein Glück am Bahnhof. Übrigens, nicht jeder Mitarbeiter der Bahn kann dir helfen, denn es könnte ein Mitarbeiter von einem Bahnunternehmen sein, das gar nicht für die Verspätung verantwortlich ist. Oder aber du triffst einen Zugführer und der fährt halt nur den Zug und ist nicht dazu befugt, den Fahrgästen zu helfen. Trotz aller deiner Bemühungen findest du keinen Mitarbeiter. Ich empfehle immer alles zu beweisen. Mach vielleicht ein paar Videos oder so, das ist heutzutage mit Handys ja kein Problem. Dann musst du dir ja leider alleine helfen und nun kannst du dir einfach ein Taxi bestellen. Aber Achtung, die Höchstgrenze der Erstattung liegt hier bei 120 Euro. Lass dir auf alle Fälle eine Quittung vom Taxifahrer ausstellen. Am besten auf der Quittung auch genau vermerken, von wo nach wo ihr gefahren seid und warum. Der Grund zum Beispiel Zugausfall oder Zugverspätung. Die Quittung reichst du dann ein ins Zentrum für Fahrgastrechte. Den Kontakt habe ich dir verlinkt in der Beschreibung dieses Videos. Am einfachsten geht es halt wirklich, wenn du einen Mitarbeiter triffst, der dir einen Taxischein aushändigen kann. Mach auf alle Fälle auch einen Bildschirmscreen von deiner App oder von einer Displayanzeige, die irgendwo zu fotografieren ist, damit du auf alle Fälle beweisen kannst, dass es einen Zugausfall gab oder Verspätung. Ich supporte mit großem Aufwand dich, tu mir einen Gefallen und lass ein Abo da und gehöre nicht zu den Leuten, die meine Videos nur gucken, weil sie kein kostenloses Abo abschließen wollen. Danke. Es ist wichtig, dass du dich an die Personen wendest, die bei den Unternehmen arbeiten, die für die Verspätung oder den Zugausfall auch verantwortlich sind. Also ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn kann dir nicht helfen, wenn FlixTrain einen Ausfall hat und umgekehrt. Du bist übrigens verpflichtet, immer die günstigste Möglichkeit zu wählen, die dich nach Hause bringt. Das muss nicht immer ein Taxi sein. Das kann zum Beispiel auch mal eine ICE-Fahrt sein. In diesem Fall, wenn du mit dem Nahverkehrsticket oder dem Deutschlandticket unterwegs bist, müsstest du dir ein ICE-Ticket kaufen, damit dem ICE nach Hause fahren und dir dann das Ticket erstatten lassen. Wenn du sowieso mit einem Fernverkehrsticket unterwegs bist, kannst du jeden Zug nutzen im Flextarif der Deutschen Bahn. Solltest du mit einem Sparticket der Deutschen Bahn unterwegs sein, hast du auch wenig Probleme, denn bei jeder Verspätung ab 20 Minuten kannst du einfach jeden Zug der Deutschen Bahn nutzen, ohne mit irgendwem zu sprechen, denn die Zugbindung ist dann aufgehoben. Im schlimmsten Fall kommst du gar nicht mehr weg und du musst irgendwo übernachten. Auch das kann natürlich in kleineren Orten ein Problem sein oder aber wenn 200 Menschen ein Hotel benötigen, stehen natürlich auch die Kapazitäten gar nicht zur Verfügung. Du bist verpflichtet, hier auch erstmal das Bahnunternehmen zu kontaktieren, welche die Verspätung oder den Zugausfall verursacht haben. Man kann dir zum Hotel eine alternative Übernachtungsmöglichkeit bereitstellen. Das kann zum Beispiel ein ICE sein, der einfach aufs Gleis gestellt wird, dann soll an der Anzeige auch wohl Hotelzug stehen. Ich habe das noch nie erlebt, aber das wäre eine adäquate Alternative und dann müsste man dir kein Hotel zahlen. Am einfachsten ist es natürlich, wenn es dir gelingt, einen Hotelgutschein zu bekommen, denn dann musst du dich später nicht um die Erstattung kümmern. Auf alle Fälle hier auch eine Rechnung ausstellen lassen. Ohne Rechnung wirst du keine Erstattung bekommen. Die Rechte der Fahrgäste wurden ja eingeschränkt vom EU-Parlament. Hier können Probleme auftauchen, wenn der Bahn irgendwo ein Kabel geklaut worden ist zum Beispiel, da muss sie da nicht mehr haften. Aber die hier gegebenen Tipps, was zu tun ist, wenn du nachts irgendwo strandest, haben nach wie vor Gültigkeit und hier muss die Bahn auch Ersatz schaffen. Tipp an dieser Stelle von mir, nutz nie die letzte Verbindung der Bahn, nehm immer eine vorher. Erste Klasse Bahn fahren, darüber handelt mein nächstes Video. Viel Spaß beim Schauen.